Hallo zusammen, mein Name ist Judith Weiß, ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin aus dem wunderschönen Ruhrgebiet und ich zeige euch heute, wie man diese niedliche Osterschachtel gestaltet. Ich habe sie mir als Mitbringsel ausgedacht, wenn man zu Ostern bei der Familie zum Essen eingeladen ist. Es ist eine niedliche Kleinigkeit. Wenn man sie aufmacht, habe ich zwei Maikäferchen reingetan, die einen lustig angucken und wie ich die gestaltet habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe die Box aus diesen Pizzaschachteln gemacht, die wir, ich glaube, seit dem letzten Herbst-Winter-Katalog im Programm haben. Knister, knister. Ihr bekommt die als Bögen im Achterpack und die sind komplett schon vorgestanzt und vorgefalzt. Das heißt, das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist diese Pizzabox zusammenzusetzen. Dazu nehmen wir jetzt erstmal alle Stanzteile hier raus. Das war es schon. Ich brauche ganze drei Stanzteile, großartig. Und dann falten wir die immer zum Berg hin zusammen. Wer von euch öfter Pizza bestellt, der hat das System schon geblickt, wie das am Ende hier funktioniert. So, das wird auch noch umgeklappt. Das auch noch. Das auch noch. So. Und dann noch der Deckel. Lasche zum Aufziehen. So. Zack und so. Ist gleich schon fertig. Ihr steckt diese Seitenlaschen hier in das vorgefertigte Loch. Dann klappt ihr es um und könnt es hier unten wieder einklacken. Und damit seid ihr mit der Pizzaschachtel auch schon fertig. Wenn ihr jetzt noch aufspringt, liegt das daran, dass man nicht so ordentlich gefaltet hat. Das habe ich jetzt auch nicht, ach, das hat ertappt. Ich habe auch nicht ordentlich gefaltet. Aber wenn man da noch ein bisschen Nachdruck gibt, dann geht das gleich wunderbar und dann bleibt die auch zu. Wenn was drin ist, verändert sich das auch nochmal. Jo. Genau. So sieht es aus. Erster Teil erledigt. Was ihr dann zum Dekorieren braucht, ich lege mir die kurz an die Seite, ist einmal ein Stück Farbkarton in den Maßen 3,25 mal 3,25 Inch. Dann bleibt euch hier an der Pizzaschachtel so ein kleiner Rand. Ja, wenn ihr noch ein Achtel Inch dazu gebt, ist das bündig. Je nachdem, wie euch das besser gefällt, müsst ihr gucken. Den habe ich. Ich muss nur noch meinen Acryl-Block suchen, den habe ich vergessen. Wo ist er denn? Ja, das ist alles live hier, ne? Das ist alles live. Zum Dekorieren habe ich mir heute zwei ganz niedliche Sets aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog ausgesucht. Und zwar hauptsächlich ist es dieses hier. Das heißt We Must Celebrate. Und das hat in dieser Reihe von niedlichen Tieren auch diesen kleinen Hasen. Und vor allem auch dieses Blatt hier an der Seite für Hintergründe. Ja, das habe ich benutzt. Und zwar stempel ich das jetzt auf. Hier ist es. Stemple ich mir das auf mit unserem Versamark-Stempelkissen. Das Versamark-Stempelkissen, das kann man zum Embossen benutzen. Unser Embossing-Pulver bleibt da dran kleben. Wenn man das dann mit dem Föhn heiß föhnt, dann hat das diesen 3D-Effekt. Man kann aber, und das seht ihr jetzt, diese Stempelkissen auch als ganz normales Stempelkissen zum Machen von Wasserzeichen benutzen. Ja, also das ist ein bisschen heller, als würdet ihr jetzt mit Blauregen auf Blauregen stempeln. Habe ich eigentlich gesagt, dass das Blauregen ist. Das hier ist Blauregen. Und wenn ihr das damit bestempelt, gibt das so einen Wasserzeichen-Effekt, der ein bisschen heller ist. Und mir gefällt er persönlich sehr gut. Deswegen stempele ich mir den Hintergrund. Jetzt mit dem Versamark-Stempelkissen. So, nochmal nach oben noch was hinsetzen. Da kommt noch einer. Der ist wahrscheinlich gleich, den sieht man gleich eh nicht. Macht's auch ganz gut, ich hab mich gut getroffen. Und dann habe ich zum Dekorieren eins von diesen glitzernden, schimmernden, ich hoffe ihr seht das jetzt, dass das so ein bisschen glitzert und schimmert, Designerpapieren genommen aus dem Celebration Set, von dem ich gerade überlege, wie es heißt. Ich blende euch das ein, wie das heißt. Mir fällt es wieder ein. Das sind diese Designerpapiere, die das Muster so ein bisschen erhaben ist, wenn man drüber füllt. Und die haben das in Silber, in Gold, in so einem Roségold. Ist total schön. Ich habe mir das Gestreifte davon ausgesucht und ein Stückchen zurechtgeschnitten in den Maßen 3,25 Inch mal 1,5 Inch. Das klebe ich mir jetzt gleich hier als Streifen schon mal. Oh, das war meine Lampe. Mit dem Flüssigkleber hier vorne drauf. Könnt ihr das hören? Meine Katze meckert gerade mit mir, warum ich mich jetzt... Warum bastelst du jetzt? Ich hoffe, ihr hört es nicht. Jetzt fühlt sich an, als wäre ich eine Rabenmama. So, alles klar. Dann ist jetzt auch schon der Zeitpunkt gekommen, wo ich den Hintergrund schon mal auf diese Pizzaschachtel aufbringe. Der Grund ist ganz einfach, wenn ich jetzt hier gleich mit diesen 3D-Effekten arbeite. Dann ist es schwieriger, das festzudrücken, als wenn ich einfach nur die glatte Fläche andrücken muss. Deswegen mache ich das schon mal jetzt. Das mache ich auch mit Flüssigkleber. Okay. Oh, das wäre fast schief gegangen. Okay. Und klebt es einfach hier fest. Die Oberfläche von diesen Pizzaschachteln, falls ihr die noch nicht selber zu Hause habt, ist ganz, ganz glatt. Aber nicht so wie unser Flüsterweiß, sondern so ein bisschen... Naja, dass es besser halt drauf klebt. Wie soll man das sonst beschreiben? Also die haben eine tolle Oberfläche, diese Schachtel. Wenn ihr sie noch nicht bestellt habt, probiert es einfach mal aus. Ich finde die ganz toll. Deswegen mache ich heute was damit. Schon die halbe Miete. Als nächstes gehen wir an die Dekoration. Und dafür habe ich ja gerade schon euch gezeigt. Nehme ich mir diesen Tierstempel aus dem Set We Must Celebrate. Und möchte jetzt nur den Hasen haben. Den stempel ich mir auf ein Reststück in Flüsterweiß. Das mache ich so mit unserem Memento-Stempelkissen. Und zwar deshalb, weil ich das gleich mit dem Mischstift ausmalen möchte. Jetzt will ich nur diesen Hasen erwischen. Ihr seht das schon. Ich habe den vorhin nicht sauber gemacht, weil ich mir dachte, naja gut, das mache ich jetzt eh nochmal. Ich mache es jetzt nicht so wie sonst, dass ich den Stempel auf das Stempelkissen drücke, sondern ich drehe das Stempelkissen um. Ihr seht vielleicht, hier stelle ich mal kurz meinen Kopf. und färbe mir den Stempel von oben ein. Es ist nicht schlimm, wenn ich ein bisschen den Fuß oder die Hand von dem Bären erwische, der halt daneben steht. Die Tiere sind recht dicht nebeneinander. Das ist nicht schlimm. Ich schneide mir den gleich eh aus. Alles klar. Ja, jetzt klebt ihr hier so zur Hälfte auf meinem Block. Ist nicht schlimm. Den Teil hier brauche ich eh nicht. Und jetzt bringe ich mir den auf mein Stück Flüsterweiß auf. Zack. Und es ist doch mehr von den Bären mitgekommen, als ich dachte. Ist nicht schlimm, wir schneiden es, fär ich eh weg. Und dann haben wir erstmal nur den Hasen auf dem Papier. Den, wo ist es? Den koloriere ich jetzt mit dem Stempelkissen in Schiefergrau. Drücken wir einmal drauf. Vorhin war nicht mehr so viel da. Jupp. Und mit unserem Mischstift nehme ich die dicke Spitze. Der sieht schon so ein bisschen mitgenommen aus, aber der gibt keine Farbe ab. So, dann nehme ich mir hier ein bisschen Farbe auf. Und fange hier am Bauch an zu kolorieren. Ne, es müssen nicht immer die Stamping-Blends sein, Leute. Das geht auch damit. Habe ich nicht gesagt. So. Und während ich den weiter bemale, lasse ich euch, wobei es geht eigentlich schnell. Ach, ich bräuchte euch die Musik nicht laufen lassen, das geht relativ schnell hier. Der Hase, der ist ganz zügig koloriert. Ihr solltet ja auch sehen, wie schnell das geht, ne? Äh, so. Gesicht ist auch gleich schon fertig. Der Stift macht halt so einen ganz schönen, ganz schönen Aquarelleffekt. Man muss so ein bisschen drauf achten. Logisch, wenn man anfängt, dann ist die Farbe immer ein bisschen stärker als hinterher. Aber das kriegt ihr schnell raus. Das kriegt ihr ganz schnell raus. So, hier fehlt noch ein bisschen was. Jupp. Ausstreichen. Jetzt hat der Hase noch ein Näschen und ein Öhrchen. Dazu nehme ich mir das Stempelkissen in die Kirschblüte. Nehme da auch ein bisschen Farbe auf. Hier ist die Nörse. Die muss ein bisschen kräftiger sein als die Ohren. Mal das hier auch noch an. Na, komm, noch ein bisschen. Jupp. Und fertig ist der Hase. Den Bauch und den Schwanz, den lasse ich einfach weiß. Und dann schneide ich mir den jetzt mit der Hand aus. Dabei müsst ihr mir nicht zugucken. Ich habe vorhin noch einen zweiten Hasen vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Den habe ich hier. Mit dem arbeite ich jetzt weiter. Dann habe ich mir für die Dekoration eins von unseren... Wo habe ich die hingetan? Wo sind sie? Ich habe sie weggetan. Ja, sie sind weg. Eins von unseren Zierdeckchen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie das denn ganz aussieht. Ja, eins von unseren Zierdeckchen geviertelt. Ja, normalerweise sind die so groß. So, ich habe mir ein Viertel davon ausgeschnitten. Das bringe ich jetzt mit einem Tröpfchen Flüssigkleber. Also ein Tröpfchen reicht tatsächlich. Hier auf dem Designerpapier an. Ich mache den Tropfen hin. Reicht völlig, weil dann flattert das nämlich auch noch so ein bisschen an der Seite. Das mag ich ganz gerne. Nur ein bisschen krisen. So. Dass es sich ein bisschen bewegt. Und bringe das hier an. Muss einfach nur hier drauf drücken. Einmal mit dem Finger. Ich weiß nicht, ob ihr das... Das sieht man nicht so gut, dass sich der Kleber da verteilt. Weil der, glaube ich, da drunter schon durchsichtig ist. Aber dann saugt es das so ein bisschen auf. Und das hält jetzt. Ist fertig. Hält. Dann habe ich mir für diesen Kreis hier mit der Big Shot und den Framelits lagenweise Kreise das ist einmal der zweitgrößte Wellenkreis und auch der zweitgrößte glatte Kreis aus unserer Silberfolie einen Wellenkreis ausgestanzt und aus Flüsterweiß im Farbkarton den Innenkreis. Das ist jetzt viel Deko hier und ich weiß, aber er hat es gleich geschafft. Den bringe ich hier drauf an. Ist das gerade? Jo. Den bringe ich mir hier drauf an. Und klebe den mit einem Dimensional hier oben drauf fest. Ich habe mir bei der Musterschachtel dieses Zierdäckchen hier an der Seite so ein bisschen abgerundet. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch nochmal wissen, wie das aussieht, wenn es gerade ist. Und ich muss sagen, ich finde beides schön. Deswegen lasse ich es jetzt auch so. Die nächste Schicht, das hat so viele Schichten. Als nächstes habe ich einen von unseren Akzenten oder wie heißt das? Nee, Accessoires heißt das? Accessoires Blütenfantasie genommen. Die sind auch aus dem Frühjahrskatalog. Jetzt reiße ich das hier schon kaputt. Die kommen in so einem kleinen Döschen zu euch. Da gibt es zwei unterschiedliche. Da gibt es einmal so ein Blümchen mit einer Perle innen drin und dann gibt es das, was ich genommen habe. So eine kleine Blätterranke. Das hat hier auch so eine kleine Öse, dass man das mit Band festbinden könnte. Das habe ich mir aber gespart. Das geht genauso gut. Wenn ihr den Glühdort nehmt. Und das einfach da, wo die Öse ist. Dann habt ihr so ein bisschen mehr Klebefläche. Damit ihr einmal den Glühdort aufnehmt. Ihr seht das hier? Seht ihr das? Ja. Da ist er. Sogar ein Faden gezogen. Was ist denn hier los? So. Und den bringe ich mir jetzt gleich noch bevor ich Hilfe! Bevor ich das Häschen anbringe, bringe ich den gleich noch hier auf. Ich gucke mir das mal eben an, wie das am Ende aussieht. So, hier möchte ich das Häschen hinhaben und das soll darunter verschwinden. Also hier. So. Auch feste. Und dann klebe ich mir das Häschen noch mit dem Dimensional oben drauf. Das hat ein bisschen viele Schichten. Das ist auch der Grund, warum ich das hier plan draufgeklebt habe. Ich hatte doch gerade noch einen kleinen. Genau. Warum ich mir das plan daraufgeklebt habe, weil ich irgendwie fand, dass es sonst so viele Schichten geworden wären. Alles klar. Einmal abziehen. Formelarbeit. Und dann. Dann kommt das Häschen da drüber. Dann verschwindet auch dieser Glutort. Den sieht man hinterher dann nicht mehr. Ja. Das ist so niedlich, dieses Häschen. Das ist so niedlich. So. Den Anfall mit Oh Gott, das ist so niedlich, hatte ich vorhin schon während dieses hier. Irgendwie kriege ich nur das Nachwehen davon. Okay. Dann habe ich noch das Schildchen hier oben Frohe Ostern ausgestanzt. Das kommt aus einem anderen Stempelset. Und zwar kommt das aus dem süßen Häschen. Ne? Frohe Ostern. Da kommt dieser Spruch her. Den habe ich mir auf ein Reststück gestempelt in Flüsterweiß. Ah ne. Vorher mache ich was anderes. Und zwar hat dieses Schildchen diese kleine Umrandung. Und die kleine Umrandung, die habe ich euch schon mal gezeigt. Die konnte aus Bannerweise Größe, das ist diese hier. Die finde ich immer hab ich sie denn? Ich habe sie doch schon rausgeholt. Die finde ich immer ganz nett, wenn ich diese Schildchen gleich ausstanze. Das mache ich noch vorher. Oh, das passt nicht. Das passt nicht. Ich nehme mal den. So. Dazu habe ich noch mal mein Stempelkissen in Schiefergrau. Das ist alles sehr Ton in Ton hier, aber ich mag das persönlich. Ich finde auch, die Verpackung wirkt durch das Schiefergrau echt edel. Da kommt einmal die Umrandung hier drauf. Und dann hole ich mir den Spruch. Und beglückwünsche mich, dass das ein Klarsichtschempel ist, sodass ich jetzt da durchgucken kann. Denn ihr seht das, das ist sehr eng. Also es ist nicht so schön viel Platz wie bei anderen Sprüchen, aber ohne war es mir zu nackig. Ich glaube, ich habe es hingekriegt gerade. Jo. Ohne Umrandung war mir das irgendwie zu nackig. Ich weiß auch nicht. Ihr könnt es auch verklassen, wenn ihr mögt. Mir gefällt es so besser. So. Und dann nehme ich mir die Stanze klassisches Etikett und stanze das einmal aus. Das Frohe Ostern ist das gerade. Da kommt es schon. Zack. Frohe Ostern. Frohe Ostern bringe ich jetzt noch mit zwei Mini-Dimensionals an. Einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Dann setzen wir das einmal hier oben hin. Ja, so. Und dann bin ich mit der Außendekoration auch schon fertig. Für die Füllung, ja, die war hier, habe ich, weil ich in diesem Silberfarbschema irgendwie bleiben wollte, jetzt knisst das nochmal, unseren Schredderkarton. Ich glaube, Perfekte Party ist das? Ist das Perfekte? Nee, Quatsch. Das ist gar nicht wahr. Das ist Schredderkarton Geburtstags-Vorren. So heißt das richtig. Ich habe mir da einfach so ein bisschen rausgenommen. Oh, das knistert jetzt unheimlich so. Könnte schon fast zu viel gewesen sein. Wenn das zu viel ist von diesem Schredderkarton, dann kriegt ihr die Schachtel hinterher nicht mehr vernünftig zu. Dann müsst ihr gucken, wie euer... Ja, das ist zu viel. Aber es glitzert zu schön. So. Wenn da zu viel davon drin ist, dann kriegt der hinterher die Schachtel nicht mehr vernünftig zu. Und dieser Silberne lässt sich auch ein bisschen weniger gut anpassen als der Schredderkarton in... Na komm. in weiß oder in dem in dem Himbeerrot. Und wer nicht so der Fan von diesen Marienkäfern ist, irgendwo habe ich hier noch, und denkt, Hase gehört zu Hase, mache ich da auch so kleine Osterhäschen diesmal rein. Jetzt fehlt mir aber doch einfach noch so ein bisschen Karton. Ist auch ein bisschen kläglich jetzt hier, ne? Ein bisschen kläglich. Okay. Einmal festdrücken, dass ich das so ein bisschen in diesen Karton, dann geht es jetzt besser zu. Osternest ist versteckt. Toll. Das ist der Vorführeffekt, meine Lieben. Das ist der Vorführeffekt. Jetzt bleibt doch da drin, Mensch. Bleibt doch da drin. Alles klar. Jetzt geht's. Jetzt guckt vorne noch was raus. Das reiße ich mir jetzt einfach ab. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Das nochmal aufzumachen. Und wenn das jetzt noch nicht so hundertprozentig schließt, schütteln hilft, dann rutscht sich das manchmal so ein bisschen besser zurecht und dann bleibt es auch zu. So. Einmal noch aufräumen. Und das war's mit meinem Projekt für Ostern. Ich wünsche euch schöne Feiertage und dass ihr vielleicht auch ein bisschen Zeit zum Basteln dazwischen bekommt. Und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So. Musik Musik Ich wünsche euch 하하